Ja, macht die Tür auf. Oh, oh, Erdbeben. Ja, weiterlaufen. Ah. Ja, macht die Tür auf. Los. Ich brauche keine drei Jahre Zeit. Alter. Hilfe, kreisch noch lauter. Ja, natürlich. Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Missfit 1-3, hier Missfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Gesichert, gesichert. Scheiße, Kontakt. Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. Ich bleib doch schon unten. Ich bleib doch schon unten. Wow. Wo ist das Hotel? Los. Von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los. Okay, unterwegs. Und los. Los. Okay, unterwegs. Und los. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, lauf. Montes. Ich muss noch ganz kurz was gucken. Damit es scheinbar nicht nochmal erklärt wird, muss ich das jetzt nochmal nachgucken. Tut mir leid. Vorwärtsseitlich, Nahkampfgranate, bla bla bla. Einsteigen, interagieren. Habe ich nicht vor. Messer aus wie ein Nahkampfwerfer für Inventar. Alter. Ah, geht doch. So, jetzt. Los, laufen, laufen, laufen. Danke. Nicht so schön. Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ich hab die Passerabwehr. Ja, hopp, komm, schmeiß her. Guck's auch. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich geb dir Deckung. Während du schießt, pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten. Drei, zwei, eins, Feuer frei. Und tschüss. Warum kracht das nicht zusammen? Wenn ich jetzt mal jemanden sehen würde. verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Hm. So seh ich das auch. Ach, da sind sie ja. Wir sind Bewegungen auf der Straße. Sind in Deckung. Schaltet die Uhrzeit ein. Auf den Balkonen, linke Seite. Ziel auf den Dach, direkt gerade auf. Hab dich. Oh, oh. Ist ja noch einer. Böse. Ich hab ihn zwar nicht gesehen, aber ich hab einfach mal hingeschossen. Noch irgendwo jemand? Da kommt mir. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Ich schieße. Ah, hopp. Geht rauf. Noch einer? Nein. Es ist clear. Oh mein Gott. Nö. Sonst noch irgendwo einer? Nö. Wieder clear. Können wir jetzt weiter? Finde ich gut. Können wir jetzt weiter marschieren? Danke. Nee, der schnettt gedacht. Ja, hallo. Warten wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Hopp. Scheiß Pfadfinder. Scheiß Pfadfinder. Ja, jetzt fallen das ein... Ja, das ist richtig. Genau. Ja. So macht man das. Los, los. So, los. Bewegung. Nichts folgen. Abmarsch jetzt. Hopp. Braucht mir definitiv zu lang. Oh Mann. Jetzt bin ich auch noch auf eine falsche Tasse gekommen. Das tut die ganze Stimmung vom Spiel wegnehmen. Missfall S3, die Erführung ist fertig. Ihr solltet schuldigst nach verschwinden. Vorübergehender Rückschlag. Sind unterwegs zum Zielort. Over. Wir boxen uns durch. Ich hoffe, dass wir okay sind. Was passiert, wenn die PLR die Macht an sich reißt? Terroristen an der Spitze sind nicht gut. Alter. Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der Schatz unabhängig hat? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Campo? Das frage ich mich auch oft genug. Oh Mann. Wir haben Kontakt. Scheiße, Kontakt. Noch irgendwo ein Hand? Nö. Doch da. Sagt Hallo, meine Freunde. Ich bin da. Wie haben die die bitte schön um die Ecke hier umgebracht? Oh oh. Wieso konnte ich da gerade zwischendurch gucken? Ich glaube, das ist ein Grafikfehler. Naja, Arschlecken. Na, hopp, mach auf. Nö. Lebst du noch? Lebst du noch? Los. Wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Missfinierung hier 1-3. Rauche sofort Käse weg. Verstanden. 1-3 verstanden. Sind endlich soweit. Arte durch. Auf. Das Ganze gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Ich hab was gefunden. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch mehr. Sekundärdraht. Sekundärdraht. Verstanden. Kacke. Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Wo ist das Problem? Kämpf den Draht. Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist Freiwilliger. Folge dem Draht. Tja, genau. Ich bin wieder der Freiwillige. Super. Ihr mögt mich, hab ich das Gefühl. Na, hopp. Hattest du nicht verstanden, Blackburn? Folge dem scheiß Draht. Bin ich nicht irgendwie schon dabei? Schlaumeier. Oh, oh. Hopp. Kaum runter. War nur noch ein scheiß Baby. Mach dir keinen Kopf. 1,4 ist ganz Verstärkung hier. Sieh zu, dass du den Draht durchschneidest. E drücken. Okay. Oh, oh. Gegner. Fuck. Ich hab falsch gedrückt. Nein. Jetzt nicht. Los, komm. Gib ihm. Gib ihm. Los, gib ihm. Gib ihm. Ja, genau. So ist richtig. Oh. Braver Junge. So macht man's richtig. Schön. Oh, oh. Bin auch schon unterwegs. Ich, es geht nicht schneller. Es geht nicht schneller. Es geht nicht schneller. Boah. Ja, hopp. Oh mein Gott, Alter. Als Sniper bin ich so nutzlos. Oh, geil. Abmarsch. Hä? Wie hat denn der eben gerade die Granate geworfen? Hilfe. Na ja, ich geh mal nach vorne. Äh, darf ich nicht. Super. Hier irgendwo ein RPG. Da. Bin ich gut. Aber das sind zwei Beine. Und die M24 finde ich gut. M24 sage ich jetzt schon. Ich meine hier die, ähm. Ach ja, ihr wisst, was ich meine. Aufräumen. Find ich gut. Gut, 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 gut. Rein, rein, rein. Los, Interagenten. Go, 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 go. Let's fire. Oh, bad. Nee, bitte nicht. Oh, oh. Nicht so gut. Gar nicht gut. Nein, absolut nicht gut. 아닌 nicht. Gar nicht, gar nicht.